Musik Jochen Trus am Morgen Hier sind Jochen Trus am Morgen und Nicole von Wagner. Wir bringen Sie gut gelaunt und besser informiert in den Tag und setzen Sie auch in der neuen Woche in den Sonnenflieger ins Paradies. Auf Sie warten endlose weiße Strände und Palmen. Es geht für Sie und Ihre Begleitung mit Premium-Flügen in Ihr Wunschhotel nach Miami, Florida. Einfach die Gegenstände merken, die wir in Ihren Urlaubskoffer packen und auch gewinnen. Montag ab 6 Uhr. Jochen Trus, Spreeradio. Sie hören 105.5 Spreeradio, es ist gleich 14 Uhr. Großdemo in Lützerath gestartet, auch Greta Thunberg mit dabei. Das gleiche in den Nachrichten, Nachwetter und Verkehr. 8 Grad offizielle Berlin-Temperatur und dazu bietet der Blick nach oben viel Grau. Heute im Laufe des Nachmittags sollte der Regenschirm dann außerdem griffbereit sein, denn da kommt noch einiges an Regen auf uns zu. Der Regen, der hält sich dann auch die ganze Nacht lang. Teilweise sind auch morgen früh noch ein paar Regentropfen mit dabei. Aber im Laufe des Tages hält der Sonntag dann nur noch einen Mix aus Sonne und Wolken mit bis zu 8 Grad parat. Und hier das Aktuellste aus der Spreeradio Verkehrszentrale. A10, südlicher Berliner Ring Richtung Dreikwerder. Zwischen Dreik Potsdam und Glendur gibt es Stau. Wegen eines defekten Fahrzeugs auf der Standspur wird der vorsichtig unterwegs sein. Und Köpenick rund um das Stadion an der Alten Försterei kommt es heute noch wegen eines Fußballspiels um halb vier zu Verkehrseinschränkungen. Zur Anreise nutzen Sie da am besten öffentliche Verkehrsmittel. Und Mitte Albrechtstraße bis Rheinhardstraße. Hier gibt es bis halb drei ebenfalls noch Behinderungen wegen einer Demo. Und Britz, der Kreuzungsbereich Gerade Straße Tempelhoferweg, ist nach einem Wasserabbruch gesperrt. Betroffen sind hier auch die PVG-Busse. Geblitzt wird außerdem in Neukölln Hermannplatz, Schöneberg-Martin-Luther-Straße und Lichtenberg-Rosenfelder-Straße. Staus und Blitze hören Sie hier zuerst. Die können Sie melden unter Berlin 2030 105 8. 105.5 Spreeradio Nachrichten 14 Uhr, ich bin Christian Hoffmann, guten Tag. Die Polizei hat die Räumung des von Klimaschutzaktivisten besetzten Ortes Lützerath fortgesetzt. 105.5 Spreeradio, wir informieren Berlin immer schnell, immer aktuell. Die Kids Wunschwochenende. Sie machen die Musik. Schönes Wochenende Berlin. In dieser Portion für Sie, die österreichische Fremdenführerin in Berlin. Ich gehe heute mit roten Schirmen vorneweg und führe Sie in unserem Kids Wunschwochenende durch Nikolaussee. Eine Audiotour durch einen Kiez, der noch immer als Geheimtipp für junge Familien und vor allem auch für Architekturfans in Berlin gilt. Warum, das hören Sie gleich um 20 vor 3 hier im Kids Wunschwochenende aus Nikolaussee. Die maximale Abwechslung kommt von Ihnen in den Kids Wunschwochenenden. Nur hier auf 105.5 Spreeradio. 105.5 Spreeradio sendet für Sie live aus dem Fürst am Kurfürstendamm. Die besten Songs von den 80ern bis heute. Spreeradio. Die besten Songs von den 80ern bis heute. 105.5 Spreeradio. 105.5 Spreeradio. Wetter und Verkehr kompakt. Es ist gleich halb drei, schöner Nachmittag Berlin. Viele graue Wolken und auch Regen erwarten uns heute noch, dass bei einer offiziellen Berlin Temperatur von 8 Grad die Tiefstwerte liegen dann in der Nacht bei 6 Grad. 105.5 Spreeradio. Weiter geht's mit mehr Abwechslung. Die besten Songs von den 80ern bis heute. Spreeradio. 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 Die besten Songs von den 80ern bis heute. 105.5 Spreeradio. Die besten Songs von den 80ern bis heute. 105.5 Spreeradio. 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 Die Kiez-Wunsch-Wochenende. Sie machen die Musik. Und das können Sie jederzeit machen. Auf Spreeradio.de können Sie sich gerne bewerben fürs Kiez-Wunsch-Wochenende. Wir sind an jedem Wochenende aus einem anderen Kiez unterwegs. Unsere Reporter sammeln in der Woche vor der Sendung für Sie die Musikwünsche ein und auch die Geschichten aus dem Kiez. Man lernt die Stadt besser kennen beim Hören und man hört die Musik, die man sich gewünscht hat. Diesmal in Nikolaassee. Und für die maximale Abwechslung geht's los mit dem 80er. Hier ist Elton John. Die besten 2080ern bis heute. 105. Spreeradio.